ja und willkommen zu einem neuen let's play zu terraria das wird ein together mit dem hier shadow p blackburn lp und mir ja und was jetzt und weg von lp sieht aus wir müssen uns noch ein ja hier wo wir angefangen haben ja unser sport ist weiter weg wenn wir überhaupt welche haben wir brauchen erde die erde was kann man ja also für die dies nicht wissen shadow impero lp und ich spielen schon etwas länger und blackburn lp ist ja und zwar von mir weil es nur vier euro gekostet hat stierabfassleim denn ich tennis ein blog sollen wir die bäume hier nicht auch abwarten ich muss man ich muss mal ganz kurz gehen ich muss mal mein sound ein bisschen leiser machen ich glaube das ist ja dann sieht man die wie gelitten die können wir sowieso nicht drauf die haben wir noch maschinen ein hacker sein so heißt man ja nie da bin ich wieder tennis ich warte mal schon mal blauer party wir sind schon glaube ich nein jetzt blackburn du hast nicht blackburn lp geschrieben du hast blackburn p geschrieben und weil der namen auf das namen auch beendet hat auf da ist noch ein bau was vom bau der reisenden soll ich jetzt schon ausbauen oder jahr ist er wird so obdachlos oder was er erkennt der highlight am meisten schön groß an dieser stelle schlechte größe spieles opfer so egal ach ja ich bin linia wenn man das ich habe nur einen eigentlich wollten wir alle neue charakter machen gut die habe ich hier im dings gefunden ja ich habe irgendeinen block kaputt gemacht und dann auch ein soll es nicht ein bisschen größer sein ja erst mal ich habe auch noch 84 holz wenn er immer noch erweitern ja dann äh shadow mp soll ich mich versprochen also nicht ficken sondern ficken ist ein ganz böses wort ganz böse das darf man ja kannst du ja rausschneiden nein ich bin zu faul ja dann gibst du mir die datei da kann ich das schnell rausschneiden mp ja dabei kommt so auf YouTube wie es dann weißen sie es soll ich noch mal holen die werden dich niemals rl sehen und wenn dann verprügelt das ist ja auch oder das macht ihr doch nicht das ist ja das war böse das wäre ganz wichtig table so die andere also ich auch hier paar bäume noch Opfer nö 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 weil die bäume den ist getan aber mir nö 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 ich will dann auch noch was hier aber warum kann ich das hier nicht du musst ein also hier auch nicht natürlich kommen oder warte ich hab mir die ich habe mir die Tür gegen kopf auf der Welt los dann weiter äh noch weiterbauen auch hier so eine schöne Glasfront oder sollen wir irgendwo anders irgendwann mal oder geht das jetzt unser festes Haus ich würde sagen erst mal so oder wir machen das später dann zum Lagerhaus dass wir dann später irgendwie auf so einen Berg ziehen oder so das ist halt leider nicht Minecraft oder so da kann man halt nicht so viel bauen oder oder wir ihr kennt doch bestimmt von Steam diesen diesen Trailer wo sie diesen Mega Baum bauen sowas in der Art und aber nicht erfolgt er war nicht gesehen ich hab's nur untergeladen da du untergeladen dann gab es natürlich ein Problem dass etwas gefehlt hat dann bin ich zu Hilfe gekommen schon wieder das hat er die Mühle alles und da er kommt jetzt ja was hat er bieten das hat er jeden interessiert eine spannende Geschichte von Terraria die Entwicklung von Terraria die sind zu viele Freunde kann man Pils auch abbauen ja wow wir haben wir sind überhaupt noch los was ist das symmetrisch nö das ist doch egal im Terraria ist nie was symmetrisch er hat was machst du da ich mache Symmetrie Symmetrie es soll aber Popet rutsch sein hahaha Kronkwerbung das ist nicht Grundwerbung sondern ist Kronk nach du mich auch da kommt ein Zombie da kommt ein Zombie jetzt haben wir mal kurz nicht das hätten paar Kiegel ja 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 ich glaube ein bisschen weiter nehmen und zurück Ui Wannmann und Kraschmann Kacke können Zombies irgendwie habe ich so die Angewohnheit die werkzeuge so zu ordnen wie in minecraft spitzhacke dann kommt also dann wäre es die schaufel ist der hammer denn ax schwert und ganz hinten bei der 0 wäre es hier bei minecraft die 10 denn eine facke soll ich hier schon lager bauen oder so nein das wird eine mine warte kann man noch tiefer ich glaube nicht doch warum machen wir nicht so das lasst mich meine minen bauen geht irgendwas anderes bauen geht holz holen oder so zombies ärgern ich habe 250 jocke ich habe 150 hier ist eisen das nehme ich mir mal direkt ja ich weiß nicht ob ich das jetzt sagen sollte weil das sollte eigentlich überraschung werden beziehungsweise nicht überraschung ich meine dass sie keiner machen ja er geht mitten im let's play afkar ja er ist böse ich weiß nicht ob sie mal interessiert weil gucken wird sie keiner aber ich werde bald einen let's ich werde mein let's play zu minecraft starten ja tja das war so tief was habe ich hier gefunden mal kupfer als scherze ist das eine große welt also ich glaube ich habe medium genommen warum schlimm ich frage ein versuch das finde ich soll ich helfen helfen ne pasche ich brauche fackeln erwarte ich habe mal hier ne oder gibt mir einfach so ich war nur kurz auf kamen was noch nie muss nur noch mutter musste die die fackeln danke 4 4 2 3 3 3 4 ich habe eine idee das habe ich mal mit einem kumpel damals gebaut wir bauen so eine grube die tief ist und dann darüber so eine so eine plattform wo keiner hoch springen kann und die zombies sind da so dämlich und fallen da rein und als kreppchen elendlich an lava die frage ist wo kriegen wir die lava ja aber es ist ja besser dieses ganze zeug was sie trocken ja mitzunehmen die haben sinnlose sachen bei ja ich meine jetzt ja ich meine jetzt du verwechselst da was mit minecraft soll ich nicht irgendwas craften ich ja oh man erton alter warum sagst du meinen namen alter ganz ehrlich ich meine du bist kein promi oder so niemand wird nicht stoppen nein es nicht höchstens wir beide aber nur im äußersten Notfall hey du hast die Tür zu hoch aufrecht ja wieso wohl ich werde jetzt wieder gemobbt du wirst nicht gemobbt keiner gemobbt so da kommt jemand andere aber meine Oma mobbt dich hallo Oma sehr unnötig noch ein Auge noch ein Auge ja Mensch bitte auch auf 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 ihr schafft es in einem Part von Terraria zu krepieren alle beide hallo ich hab's heute erst bekommen ja trotzdem muss man ein bisschen Skill zeigen soll ich Kupfer abbauen? ja ne bringt nix eigentlich ne bringt na doch du kannst ähm Bricks draus machen und die dann verbauen gut mach ich bringt ja aber nichts sieht auch scheiße aus sag mir das gleiche jetzt bin ich in irgendeine Grube gefallen ich glaub ich ins Alime mein Terraria-Tech-Spec geht das? ja das ist nur ein bisschen aufwendiger hab ich keinen Dreck oder ich mach mir wieder mal eins selbst das ist immer das beste wie immer ja ja gibt's jetzt übrigens kostenlos offiziell auf einer Website zu downloaden 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 lass mich downloaden ja hallo zombie zombie ha 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 noch mehr Werbung immer diese Werbung ne war schrecklich ey ja kacke ich kann den Glock nicht aufbauen was bringt der Hammer eigentlich das ist ja um die Hintergrundwände ja damit kannst du Gegenstände wegmachen also Workbench und all so'n Shit sehr nützlich auf den Fall ist eigentlich das wichtigste in Terraria mit der Spitzhacke und der Axt geh weg geh weg nein geh weg du auch geh weg ich mach mir ich mach hier mal Unterbodenbeleuchtung damit der Wald schön aussieht ich find das irgendwie geil wenn da nicht ähm so direkt Fackeln stehen und die Bäume so schön beleuchtet sind nach oben hin das sieht geil aus finde ich hm oh warte da hab ich ne Idee wir züchten die Bäume komplett bis hier an den Rand dran damit das eine richtige schöne Holzwand entsteht komm her komm her was wird das jetzt Ayrton oh 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 für die Zombies scheiß sind wir Zombies ich fahr auch wahrscheinlich gleich ans nächste Mal ui ja ich hab's gepackt tschüss du Penner ich hab' nur noch 30 Leben hehehe ey das kann ich nicht ja genau jetzt kommt Zombies tschüss ja du Perl's da Vielen Dank.